Sova Ueno, Yonsai, 70 cm weitlich. Auffallend schönes Motokuro an beiden Flossen. Noch schlank, also der hat etwas weniger Futter erwischt. Wenn ich so den Rest angucke, ist halt so. Wenn den am Becken 30 bis hin, dann erwischen halt manche etwas weniger. Das ist normal. Gucken wir mal, dass sich das nächstes Jahr ändert. Den Maus bei einem Fisch kann die auch sich schaffen. Wer mit 4 Jahren 70 hat, der schafft das durchaus. Ansonsten ist er interessant, da kommt auch noch eine Kopfzeichnung. Hinten qualitativ schön. Also ansprechender Fisch. Viele werden sagen, der ist noch so nackig am Kopf, aber wie gesagt, der ist halt noch nicht fertig. Jetzt sieht man, da kommt noch etwas. Und jetzt knapp nochmals an, der ist noch ein wenig, weil die Hinten die Hinten ohne den Hinten gar nicht, aber der ist noch nicht falsch, also nicht. Und hier gibt es noch ein bisschen prends. Und jetzt sieht man bei dem Fisch. Und jetzt sind die Hinten ganzве. Vielen Dank.